Tagschen zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr da seid. Ihr fragt euch, warum ich jetzt so einen dämlichen Hut auf habe. Also er ist nicht dämlich, ja? Zum einen ist hier so ein grüner Streifen dran. Der wird so ein bisschen rausgekieht. Man sieht dann so ein bisschen was hinten dran. Der reflektiert auch so ein bisschen. Match gefunden. Das hat aber einfach den Hintergrund, dass wir gerade Faschingsdienstag haben. Und wir hatten heute bei der Arbeit alle so Hüte auf. Von daher habe ich gedacht, ich nehme das einfach mal mit hierher. Einfach, weil es cool ist. Auf jeden Fall kommt die Kamera auch nicht so ganz klar drauf. Manchmal so seitlich, ja? Da wird auch so ein bisschen was rausgekieht. Das fuchtel alles nur noch ein bisschen mehr rum. Aber das ist okay so. Heute ohne Musik? Naja. Geht auch so. Müsste halt mein Gelava hören. Dafür kann ich spielen bisschen lauter machen. Ach nee. Ich kann ja hier nix einstellen. Wer ist Alexander? Habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Heute? Hallo Alexander. Falls du das siehst, schreib mir mal in die Kommentare, wer du bist. Vielleicht wird's cool. Vielleicht. Oder schreib mir auf Twitch. Auch okay. Ich gucke. Oder auf Quick. Auf Quick. Auf Kick. Auch okay. Aber ich sag's dir gleich, gell? Ich hab einen dämlichen Hut auf. Den hab ich den ganzen Tag bei der Arbeit getragen. Der eine Chef fand's lustig, der andere nicht. War mir egal. Und den Kollegen auch. So. Hafen. Keine Sorge. Ich verrate niemandem, wovor ihr Angst habt. Versprochen. Äh, Audio. Was macht man heute? Ja, es gibt ja keine so richtige Musik, ne? Stereo ist gut. Oh, scheiße. Ich hab vergessen, mein Polster zu holen. Ich wollte mir eigentlich noch so ein Polster hinlegen. Für, ähm... Na, hier. Für, für das Handgelenk. Was heute auch alles rausgekriegt wird. Das ist ganz schlimm. Also ich muss mir dringend mal hier so eine Lampe besorgen für den Greenscreen. Das war ja sau dämlich. Einer markiert. Gegner bei A. Genau da hab ich dich vermutet. Da, Team. Regelt das. Spike platziert. Oh, shit. Jetzt aber schnell. Vorsichtig. Zack. Was tut er die Pistole oder was? Und dann noch mit drauf gehen. Ja. Cool. Er hat auch einfach schon gekauft, ne? Sie jetzt auch. Eigentlich würde ich auch gern sparen. Pistole und Rüstung. Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Spike in C. Bleib nach. Nee. Oh Gott. Bleib nach. Oh Gott. Das war ja geschmeidig. Die erwartet ein böses Erwachen. Ich spare noch. Wo hat er denn die jetzt aufgenommen? Na ja. Ist okay. Ja, ne. Hab ja noch. Zing. 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 Alle immer so laut laufen müssen, ne? Gegner in der Mitte. Da. Ich glaube, meine Hand schwitzt. Ist ja voll eklig. Scheiße. Hab ich einmal nicht in die nächste Ecke geguckt. Das sieht aber ganz hübsch aus mit dem Hut. Achso. Ja, Jungs. Das gibt nichts mehr. Ich sag, wie es ist. Wir müssen uns mehr verteilen. Das war scheiße. Ich bin der Verbündeter. Nehme ihm die Sicht. Und sieh warm. Wäre auch zu schön gewesen. Komm schon. Stirbt noch einer? Ausrüsten. Tschsching. Bisschen. Skrrrra. Und das war's dann, ja? Alles klar. Ihr habt's gehört. Kauf gerade eine. Erste richtige Kaufrunde. Ich kaufe gerade. Gehen jetzt nicht alle wieder zu C. Das war ja mal voll die Scheiße. Hier kommt doch bestimmt einer über lang. Barriere erschaffen. Viele Gegner bei B. Spike platziert. Bye-bye. Letzter Leben der Verbündeter. Wie peinlich. Meine Ult ist bereit. Ach, scheiße. Ziel ausgeschaltet. Scheiße, jetzt komm ich da raus. Ja. Machs nix. Ein Traum endet. Ein neuer beginnt. Das war jetzt ein bisschen arg Depri. Aber ist okay. Schwere Rüstung und ne Pistole. Komm. Nee, jetzt rennen wieder alle zu C. Das ist scheiße. Vorsichtig. Zack. Augen zu. Spike platziert. So was von tot. Zack. jungs ich hab noch drei leben ich sag wie es ist ein gegner übrig ihr regelt es warum regelt ihr das nicht kommt schon ja sehr gut macht ihre angst zu eurer waffe mit drei leben überlebt alles richtig und richtig gut geflasht ja eigenlob stinkt hier in dem moment ja gar nicht ich habe ihm ja richtig den fiesen wurf ins gesicht geklatscht alter bisch verregt so dicker haben wir es jetzt seit hier mit nur zwei runden gewonnen ich höre im hintergrund ganz leise so ein bisschen meine waschmaschine klappe zu affe tot speich platziert scheiße da war der kommt du weißt wo er ist die fähigkeit weg sehr gut kann man ja auch mal ne props für geben in ihre gedanken ein finde ihre schwäche die so düster so geil ja die jungs die wechseln da gut durch und ich sag wie es ist ne mein team rennt immer nur zu einer seite dem kann kein bock irgendwas anderes so freizuhalten ist jetzt die frage kann man mich von hier aus sehen scheiße gleich wieder zwei das war ja mal ultra kacke wo sind denn die anderen jetzt alle gestorben noch mal in den kampf ich bin nicht müde ihr etwa verbindung unterbrochen ja so machen wir das ne jetzt ein paar einzel schüsse meine hände schlüpfen echt eklig bin ich gerade zurückgelaufen ja naja lauf doch leise bitte widersacher beseitigt meine huld ist bereit husch husch alle bei c spike in c scheiße er stand schon wieder in diesem loch ich hab wieder vergessen reinzugucken so ne kacke ich hab's doch dem moment wo ich da lang gelaufen bin hab ich gedacht scheiße guck da in die ecke und da steht er er hat mich nicht mal gemerkt ich hätte ihn so weg machen können du kannst dich so einfach hören ich strahle heller als all ihre radians zusammen kann mir das jemand kaufen nein meine ult ist bereit ding für dich kleine schwender netter versuch spike platziert gegner bei b gesichtet ich hab schon gedacht alter was hat die denn jetzt vor vorsichtig komm schon los boah shit bruder einer weniger ja ok da gibt nichts ein gegner übrig schau lauf letzter leben der verbündeter knapp blick dem gegner in die augen das hilft beim treffen easy sieg durch aufgabe des gegners so macht man das viel zu einfach da verliere ich schon meinen hut ich verstehe jetzt zwar nicht warum aber hey vielleicht haben die sich gedacht bruder muss los ja hinten raus ganz schön abgekackt machs nix nichtsdestotrotz vielen dank fürs einschalten hat trotzdem bock gemacht und naja dann sehen wir uns morgen in der nächsten folge von Valorant bis dann ciao bis dann